Und herzlich willkommen zurück bei einer kleinen Runde Case 2 in Multiplayer. Katzenoria, wir probieren mal den neuen Animatronic aus, diesen MRA1. Genau, ich hoffe, das wird kein Dilemma. Ja, der war schlecht, der war schlecht. Ihr habt ja auch im Stream schon ein paar Mal gesagt, ob wir mal wieder was aufnehmen. Ja, wir wollten ursprünglich ja Secret Name aufnehmen, aber das hat jetzt nicht so funktioniert. Deshalb als Ausgleich habe ich gedacht, eine kleine, feine Runde Case 2 mit dem neuen Animatronic. Genau. Würde ich sagen, dann sieht man, dass ich gleich wieder auf dem Schlachtfeld. Ganz genau. Okay, das ging diesmal schnell. Ja. Oh, ich bin, ja. Tatsächlich. Scheint, äh, scheint. Warte mal. Ja. Oh. Ich glaube, wir sind jetzt nur zu zweit hier. Ja. Okay, aber es ist nicht so schlimm. Dann könntest du zumindest mal den Animatronic sehen. Ich hoffe, du hast Emma. Ich habe Emma, ja. Gut, dann können wir mal den neuen Antronic. Also, es wird jetzt nicht so eine Runde wie, muss man mal spielen. Also, war bei das Combo kurz her, weil es dann... Wow, ping, lag, delay, alles. Heißt, dass man mal den Animatronic mal im Ganzen zeigt? Also, dass man mal... Hui, äh... Pass auf. Wo bist du? Also, ich bin bei... Äh, wo bin ich denn? D3. Also, unten links bin ich. D3? Okay. Okay. Ich bin gerade bei... D6 bin ich gerade. Also, muss ich... Gut. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, wie man spielen soll. Nur, also, zumindest jetzt am Anfang. Weil es wäre ein bisschen gef... Boah. Ich glaube, das liegt am Moment, dann ich habe meinen Ping. Weil immer so rumschwankt. Deswegen hat es wahrscheinlich im Streamer letztens ein bisschen... Ah, da. Also, das ist... Okay. Ach, ja. Das ist aus dem Hauptspiel, die... Die Katze. Okay, aber es sieht recht cool aus. Was kannst du überhaupt machen? Außer mich jetzt angreifen. Boah, das sieht jetzt creepy aus. Was ist das? Keine Ahnung. Ich nehme anpacken nämlich an. Ich kann ja das hier machen. Ach, dass du unsichtbar bist. Also, so teilweise. Ja. Okay, das ist recht cool. Es gibt ein paar coole Features, was die Katze hat. Keine. Ah! Und ich kann auch ein Radar aktivieren. Ja, lol. Jetzt sehe ich... Ja, ich brauche kein Radar, wenn ich weiß, dass du vor mir bist. Ich brauche kein Radar. Äh, was war das? Ich bin jetzt über dir. LOL! Kann ich abwarten. Und jetzt? Äh, eins? Jetzt hängt es an der Decke. Oh! Das ist cool. Instant! Ja, wenn man praktisch abwartet, dann kann man Instant Kill machen. Von oben, anscheinend. Und das coole ist jetzt gewesen, ähm... Du verlierst das Screen, haben wir jetzt beide gesehen. Ja. Das ist cool. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück ins Spiel. Genau. Okay, das war echt nicht. Das war unique. Da lade ich dich wieder ein. Zack, bloß. Oh, ich hab dir... Bei mir steht... Äh... Warte mal, ich geh kurz raus und aktiv... Ich weiß nämlich nicht, wo ich die Nachrichten kriege. Aber ich mach mal einfach mal das Spiel beitreten bei dir. Ja. Müsste ich schon irgendwie reinlanden ins Spiel. Sollte, dürfte, könnte. Ja. Bist du dann. So, okay, jetzt warten wir lieber mal. Ansonsten müssen wir halt wieder irgendwie zu zweit machen. Ja, es wird eine kurze Anker da unten. Weil wenn ich jetzt auf anfangen gehe, oder beim Bein gehen, dann sind wir zu zweit. Das stimmt, ja. Am letzten Mal, was hat's dauert? Ich glaub eine Minute, dann waren wir zu viert, fünf, glaub ich. Ansonsten müssen wir es halt auch mal zu zweit zeigen. Aber vielleicht bin ich die bei der Animatronic. Das kann wohl sein, ja. Oh. Und wir sind back. Ja. Mal schauen. Bist du? Es kommt auf an. Bist du... Ähm... Animatronic? Ja. Dann sag ich's dir nicht. Ich hab's Gefühl, wir sind schon wieder zu zweit. Äh... Laut der letzte, ja. Und zwölf Minuten haben wir insgesamt Zeit, um das... David Dings machen. Ich versteh's nur nicht, warum... Ähm... Wir sind schon wieder zu zweit. Hm. Gute Frage. Sehr gute Frage, so ja. Weil normal, also beim letzten Mal, waren wir zu viert. Ungefähr. Ja, also ich bin hier. Hier, okay. Also für meine Zuschauer gesagt. Ach, du... Bist du Dings? Äh! Okay. Himmellasch! Okay, dann geht's los. Spielverderber! Und ich bin mal wieder ein Survivor! Ich hab einfach das Gefühl... Bei mir hat er noch gar nicht gestartet. Noch gar nicht. Bei mir hat er noch gar nicht gestartet. Ah, jetzt. So, wir sind mal wieder back. Also ich hab's Gefühl, wir sind einfach nur zu zweit. Es kann sein, dass die Server einfach leer sind. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Schöne ist mit dem Radar. Ich konnte es zumindest sehen. Jetzt, pass auf. Was muss ich eigentlich machen? Äh, 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 äh. Findet dies, findet jenes. Das hab ich vorher auch nicht hinkriegt. Äh, das Schöne! Ich schaff genauso viel wie in der letzten Aufnahme. Also gar nichts. Und es ist lecker, halt wie die Hölle grad. Es wär auch praktisch, wenn man den Animatronic wählen kann, weil, äh, ich bin schon wieder der Stier. Das ist das Problem. Ich meine, wir haben zumindest mal die Cutsix sehen, weil das ist so ein bisschen das Blöde, dass halt nicht, ähm, ja, so ein Auswahlmenü ist, wie du es schon gemeint hast. Ja. Wär cool, wenn man auswählen könnte, welchen Animatronic, den man in dem Spiel hat. Okay, ich lass dich mal ein bisschen am Leben. Damit das mal ein bisschen länger geht hier. Ja, ja, sonst wirst du schon wieder so eine kurze Runde. Also so spielt man das nicht. Nee. Normal ist man kaltblütig und ganz hart. Und, äh, woppt sich ganze Zeit durch, äh, durch die Gegend. Aufgrund meines Binks. Aber ich kann dir mal zeigen, tut man ein bisschen weiter entfernen wieder. Äh, was man hier überhaupt machen kann. Oder? Ah ja, stimmt. Das kannst du mal zeigen. Jüp, jüp. Weil, ich kann jetzt mal hier das hier machen, was ich greifen. Ich kann hier das hier machen. Was bringt das? Ähm. Ach, vielleicht, ähm, dass ich vielleicht so's Schocker nicht treffen könnte. Kannst du es nochmal aktivieren oder hast du einen Cooldown? Äh, das ist, äh, Cooldown jetzt, glaube ich, 137 Sekunden. Wird ein bisschen langer ist, aber ich kann hier das hier machen. Äh, das war gerade ein Dash. Das war ein richtiger Dash. Damit kannst du auch diese, äh, bei Gierten Wände kaputt machen. Äh, ich hab was gefunden. Warte, ich konnte was tun. Äh, das ist ein Generator. Äh, dann lassen wir mal kurz mich zumindest bei einem Generator am Leben. Äh, das ist eine andere Mechanik als ein Deppert Daylight. Ich mein, Kern-Dings ist das gleiche. Ja, ich seh dich aus der Ferne schon. Ich weiß, wo du bist. Ich hab ein Radar an. Du folgst mir. Ich mein, das hat so, so ein Animatronic an sich, wer eine, äh, der einen kühlt will. Ja, das ist, äh, das ist normal. Aber weißt du, dass ihr auch mal weiß, was zum Geier ich überhaupt anstellen muss? Okay, ich hab den Ersatzgenerator aktiviert. Schlüsselkarte und Hauptgenerator. Als Schlüsselkarte finden Hauptgenerator starten. Ich hab aber keine Ahnung, wo beide sind. Hi. Einzig, was halt ich machen kann, ist das hier. Das kann ich halt machen. Und die Sache ist, ich hab halt dadurch einen Cooldown von, glaub, 40 Sekunden. Oh, wo bin ich? Jetzt gelandet. Hallo, wo bin ich? Ah, du kannst wahrscheinlich Holzbretter durchrammen. Ja, die Holzbretter, ja. Es ist ein bisschen anstrengend, gerade das Aufnehmen, Multiplayer-Sachen. Äh, jetzt auch. Äh, äh, da. Hey, ihr habt, äh, ich hab's gemerkt. Ich mein, wir zögern eh das Unfallmehrlich hinaus, aber so, dass ich auch mal sehe, was ich überhaupt hier tun kann. Ja. Weil sonst hab ich nämlich nie Ahnung, was zum Geier ich überhaupt hier anstellen soll. Und wenn ich nicht immer so versetzt werden würde. Ha, ich werd versetzt. Ja, das ist einfach nur der Pinger, der einfach immer wieder rumspinnt. Deswegen wahrscheinlich lächst du so. Ich glaub jetzt nicht, dass es am Spiel liegt. Ich weiß nicht, was man hier genau jetzt hat, äh, in meinen, ja, Schlüsselkarten. Die. Sag mal, du hast du schon wieder in der Gegend rum. Kann gut sein. Also ich seh' ich jetzt mutter noch nicht, aber hab jetzt frei zu sein. Nicht, wenn du in die verkehrte Richtung läufst. Weil ich grad nur so gesehen hab. Ja, also das ist jetzt vielleicht nicht die spannendste Runde. Aber was willst du machen, wenn du halt, ähm, Multiplash da bist und es ist sonst einfach keiner da? Es ist es, ja. Also du eben. Oh, Big-Earth-Boys. Boom-Style. Noi. Es ist nicht das Schöne, was du machen kannst. Da ist Müll. Et. Noi. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Der Stier. Ich hab Angst. Wo hast du Angst? Ja, sehr zackt. Ja, ich seh' die Augen schon. Ich brauch' niemanden Radar aktivieren, dass ich weiß, wo du bist. Und ich hab's Gefühl, wir rennen grad im Kreis. Ja, ich hab' auch. Ja. Ja, wir müssen grad nicht mehr pretend'n oder so. Weil ich hab' ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo was ist. Relax, machen sie grad' nicht besser. Nee, du zuckst auch von mir nach vorne immer wieder. Ja, das ist der Ping. Extrem schwer durchzufangen, natürlich. Ey? Okay, das ist das geil. Hoher Pin for the Win. Äh, Ping. Nicht Pin. Hoher Ping. Das ist hier. Ja, eigentlich ist der Hoher Ping nicht geil. Wenn du online spielst, ist es nicht grad vorteilhaft. Hallo? Geringer Strom. Hm. Kann ich doch nicht Trommel führen bei ihm. Halt. Ich hab' keine Ahnung, ehrlich gesagt. Komm, wir zumindest mal in den Bereich. B und. B und. Da geht's wieder in den D5. Zumindest sehe ich F5. Da. Endlich mal ein neuer Bereich. Jetzt pass auf. Wo ist hier sch... Nee, hier ist keine Schlüsselkarte. Ich mein, wir werden's wahrscheinlich eh bald kurz sein lassen, weil... Na ja, zur Zeit ist das halt nicht grad spannend. Nee. Aber zumindest, dass ihr mal den Katzen-Animatronic gesehen habt. Ich mein, ihr habt den Singleplayer-Arsch gesehen. Ich finde mich grad eh nix. Dann könnte ich das unformatlich hinaus... Äh, nicht... Brauchen wir jetzt nicht hinaus zögern. Ich weiß, wo du bist. Ty, boah, es ist halt einfach. Ah! Jetzt pass auf, wabba, 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 wabba. Hast du grad die eine Funktion wieder? Die sie rennen? Nein, nein, der Panzer da, der Schutzding da. Äh, nee, 15 Sekunden wieder. Okay, dann wabba, wabba, kurz die 15 Sekunden, dann hocken wir uns kurz hin. Ja, war's für sie des Wortes. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Und jetzt Schuss. LOL! So, jetzt kann ich's aktivieren. Okay, aktivier mal. Ja, Tatsache! Das Blockabkasse, cool. Nächstes Mal gedacht hab. Und ich glaub, wenn ich jetzt, wenn ich über dich rennen würde, dann wärst du direkt tot. Aber... Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Aber geht durch die Energien momentan nicht. Äh, das geht auch wieder nicht. Ne. Weißt du, dann will ich mal gekillt werden und dann geht's net. Kill mich! LOL! Ich wollte es nur einmal zumindest richtig ausführen. Ne. Ich wollte es zumindest einmal richtig ausführen, weißt? Aber jetzt kannst du rennen, oder? Äh, nee. Ich muss Energie und dann auch sparen. Okay, ich glaub, dann machen wir das nochmal, weil ich glaub, irgendwie, das dauert jetzt zu lange. Es war schön mit euch! Was ist denn los? Ich hab nix getan. Ich brauch nur eine Tastung falsch drücken. Achso, du musst auch richtige Tasten drücken. Ja. Ah, jetzt geht er dran. Warte, warte, jetzt pass auf, jetzt seht's da was richtig episches. In 3, 2, 1. Ja. Es sah so spektakulär aus, wie ich's erwartet hatte. Also so richtig spektakulär saß aus. Ja, also nicht, dass er meint, ich hält jetzt die ganze Zeit rum oder so. Das Problem ist, ich glaub auch eher, der Ping hat mich grad die ganze Zeit aufgeregt. Aber der wird schon, dass ich irgendwann wieder einpingen. Ja. Ja, ich wollte eigentlich einpannen sagen, aber einpingen hört sich lustiger an. Ja, zu zweit ist halt nicht grad spannend. Es kann auch sein, dass die Server einfach grad total leer sind. Das letzte Mal, wo wir's gemacht haben, waren wir zu viel, fünf. Da war's schon ein bisschen was. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob der... Hm? Auf jeden Fall, der hat mir voll Bock gemacht, sag ich mal. Das Problem ist einfach... Ich weiß nicht, ob der Entwickler oder ob die Entwickler da großartig noch Updates machen. So wie's momentan ist... Nee. Ganz ehrlich, nee. Nee. Es ist schade, dass es halt nicht jetzt irgendwie cooler gemacht wurde. Mir fehlt einfach viel zu viele Multiplayer. Einfach viel zu viele. Ich hab eher das Gefühl, es wurde halt einfach neigeschmissen, dass halt überhaupt ein Multiplayer da ist. Das kann gut sein, ja. Aber es hat ja zumindest mal den zweiten Amateurik gesehen. Ja, es gibt ja immer noch zwei, wo dazukommen sollen. Ja. Sollen. Ich weiß nicht, ob's noch passiert. Aber wenn's weiter denn so bleibt, im Mund wäre. Ich glaub nicht, dass wir da nochmal was aufnehmen. Nee. Ich sag, bei Secret Neighbor wäre wahrscheinlich spannender geworden. Auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall. Aber ja, aber da ging ja das nicht. Aber hey, zumindest mal wieder ein bisschen Case Animatronics 2 mit dem zweiten Animatronic aus dem Update. War eigentlich ganz nett. Zumindest Animatronic. Gehört also einmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.